Hallo Dree, wir sind wieder da bei Rocket League, die Frau Pinky, der Murphy und der Vranch. Was ist hier los? Wir werden hoffentlich das Spiel gewinnen und der Vranch will verteidigen und der Murphy schießt und leider kein Tor und Frau Pinky ist natürlich auch dabei. Hallo Frau Pinky! Hallo lieber Murphy! Yeah, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Oh, wunderprächtig! Das ist doch schön! Wow, wir geben ab ans Wetter. Wie ist das Wetter? Oh, ja, wunderschön! Vranch, unsere Wetterfee hat leider kein Mikro, aber wir sind sicher, dass das irgendwie klappt. Oh, ja Murphy, ja, ja, ja! Ja, nee. Nee, gut, jetzt noch mal du! Ach man, dieser Sean war dabei und hat es versaut. Versaut hat es, das Sauhund! Das Sauhund, genau. So, ich hab die Büsse. Oh, oh, aber... Ja, Mitte! Oh. Jetzt... Oh. Jawoll! Du machst immer so schöne Ansagen, ey. Ich bin so... Waff! Das geht runter wie Heulabrohlas hier. Oh, das geht... Ja, das geht... Ja, das geht... Ja, das geht... Ja, das geht... Oh. Oh. Oh, was für ein Ton, meine Damen und Herren! Super, Frau Pinky kommt da mitten aus der Luft auf den Ball geflogen und hämmert ihn ins Tor. Hämmertor rum! Wow! Und da hören wir die Vögel. Vögel, meine ich. Mhm, mhm, die Vögel. Ja, das ist... Nö, da ist niemand im Tor, aber der geht trotzdem nicht rein, doch zum Glück. Pinky! Nein! Was war das denn? Ich wollte ihn noch weiter nach hinten, weißt du, so... Ich wollte... Was war das denn? Es tut mir leid. Was war das denn? Oha. Oha. Das hat jetzt so gar nicht passiert. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren, meine Damen und Herren. Weiter geht's. Es ist immer nur noch ein Gleichstand. Murphy nimmt hier Rache an Jack, obwohl er gar nichts damit zu tun hat, aber es ist egal. Guck mal, jetzt bist du doch schon wieder fein mit uns. Hast du ein Tor verhindert. Ich bin doch wieder da. Mann, no, ich krieg das nicht hin. Das gibt's doch nicht. Ah. Sehr gut. Wow, sehr gut, Murphy. und rein damit! Jawoll! Wahnsinn! Hammergeil! Ich muss leider wen zerstören, meine Damen und Herren. Den Jack, den Applejack habe ich hier zerstört und dann geht's raus ins Tor. Oh! Oh! Oh mein Gott! Was für ein Kampf! Nein, nein, nein! Was macht der denn? Was macht der? Was macht der denn? Oh mein Gott! Oh! Oh! Das hört sich wieder voll pfeife an, aber... Ja, was die Bucke wieder hört, dann in ihrem Zimmer. Also wirklich. Was macht denn die Fliegel wieder? Die Fliegel spielt Rocket League! Mit ganz viel Einsatz! Bitte! Bitte! Oh, das war so klar! Shit! Der ist noch fern! Der ist noch fern! Der ist noch fern! Der war nie weg! Sehr schön! Gut! Jetzt nach vorne! Oh, 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 oh! Wie viel hast du? Habt ihr ihn? Ich aber auch nicht! Ich aber! Aber Pinky hat... Und macht dein Tor! Wahnsinn! 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 Wuh! Jawoll! Und da fliegen die Vögel! Oh, schön! Oh, herrlich! Herrlich! Oh, wie sehr schön! Hm! Harte Kampfhund den Ball und... Schade! Ach, Schade! 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 Wow! Da kamen sie zu dritt, ey! Wow! Und da ist er wieder drin! 4 zu 1! Und wir wissen alle, warum die Pinky hier im Team ist! Nur wegen den Toren! Oh, danke! Oh, danke! Das kam von Herzen! Aha! Ja, das habe ich gespürt! Bis hierher! French verteidigt! Dann lasse ich mal gleich den Ball durch, damit er verteidigen kann, der French! Sieht man ja, wie er ver... Uh! Und da hat er verteidigt! Hat er gut gemacht! Und wurde auch gleich zerstört von den anderen! Das geht mal gar nicht, jo! So nicht, Freund Nase! Oh! Ah! Leute, hab da! Hab da! Oh, la! Schön! Ich habe mich so schön in die Luft bewegt! Wolltest du jetzt auch mal zeigen, was du kannst, ja? Ja, ich will nicht sagen fliegen, aber ich habe mich in die Luft bewegt! Oh, das war aber gut! Oh, das war gut! Sehr gut! French dribbelt hier zum Tor und spielt alle aus! Wahnsinn! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Uh! 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 Murphy, deiner? Oh, oh, oh! Äh! Okay! Gut! Dann halt so! Wenn er sich hier ärgert, dann wird er zerschossen! So sieht das nämlich aus! Ha! Guter Pass, Mann! Jawohl! Oh, ho, ho! Der kann das Spiel verlassen! Oh, jetzt sind sie sauer! Ja! Jetzt sind sie sauer! Jetzt sind sie mad! Tilt! 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 Wie wir das wieder geschafft haben! Wahnsinn! Ich weiß es auch nicht! Wir sind ein super Team, Murphy! Ja, ja, ja! Ja, French muss hier spielen, äh, zieh da auch ab! Hast du ihn vielleicht? Ja, vielleicht! Ach so, aber nur vielleicht! Nur vielleicht! Oh, Pinky, was war das? Ja, nee, ich hatte nix! Jetzt hab ich ihn aber nicht! Oh! Hab ich schon mitbekommen! Ah, verdammt! Zu wild! Die Pinky war zu wild! Jawohl! Ich wollte auch nochmal hinterher, aber hat er gut gemacht! Sehr schön! Sieben zu eins! Wow! Was für ein Sieg! Boah, das hatten wir schon ewig nicht mehr! Nee, das stimmt, das stimmt! Ach, nee, der ist zu hoch! Shit! Naja! Yeah! 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 Und schon wieder bin ich vorne! Wuh! Wuhu! 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 Das ist der Aufkleber selten! Für den Fennec! Wie sieht der denn aus? Oh, ich bin aus dem Team raus! Schade! Nein! Du musst mir den aufkleben! Der sieht aber cool aus! Aha! Wir müssen mal ins Hauptmenü! Kommst du mal ins Hauptmenü? Ja, ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ja, ich komme! Ich bin doch schon da! So, warte! Dann stelle ich mal kurz mein Auto um! Dann nehmen wir mal hier dieses Ding! Alles klar, wir können weitermachen! Okay! Die Blitze da vorne sind ja auch mega, wa? Ja! Hammer! Und wir suchen! Und dein Herz hast du ja immer noch! Dein Herz bleibst du treu, wa? Das Herz an der richtigen Stelle, so muss das sein! Wow, schön gesagt! Ja! Ja! Und da werden wir schon wieder reingeworfen! 4 zu 2! Als wären wir nie weg gewesen! Ja! Ei! Ei! So! Ach, schade! Okay, okay, okay! Ah, nee, der ist zu weit! Anno! Oh, da fliege ich aber auch! Mein Fee hast du! Jawoll, mein Fee, der Ezer! Ach, shit, zu früh! Verdammt, ich muss mit Fuß grünen! Ah! Oh! Einen kurzen Moment habe ich gedacht, der geht rein! Ja, Muffy! Ams! Ja, voll! Als wären wir nie weg gewesen! Ja! Vorlage hier von irgendwem aus dem Gegnerteam und dann... Upsi! Ja, da haben wir uns gegenseitig irgendwie blockiert, wa? Oder? Ja, ich bin weggegangen! Hier war da beide erst! Ja! Icecream-Punk! Ja, der ist aus unserem Team! Ja! Ja, dann geht er halt! Ja, dann geht er halt, genau! Auf ein Immerwiedersehen! Kommt gleich wer besseres! Wow! 5 zu 4! Oh, jetzt können sie es noch... Jetzt wird es nochmal spannend, hier zum Schluss! Hm, jetzt wird es nochmal spannend, glaube ich! Mach natürlich nur für die lieben Zuschauer auf YouTube! Ja! Okay, Muffy, komm! Wir beide wieder! Ja, Onimo! Wuhu! Au! Au! Ja, das war nur mal ein Anschlupser, dass der nicht vergisst, was wir hier machen! Ach so! Ja, ja! Trotzdem haben wir gewonnen! Yeah! Oh! Guck mal, wer ist denn da in der Mitte? Ja! Ein toller Hit! Oh! So, ihr Lieben, das war's wieder und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Tschaui! Bis zum nächsten Mal! Tschaui! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017